Ja hallo und herzlich willkommen und hier auf Facebook Ja ich wollte euch nochmal darauf hinweisen dass ich auch Facebook besitze Hier ähm ist die offizielle Seite von mir Könnt ihr ja mal raumschauen ähm und am liebsten gleich noch ein Like da lassen Der dann ungefähr hier irgendwo ist der Button Ja ähm ja falls ihr ganz normal in meiner Freundesliste sein wollt hier Das bin ich wird wahrscheinlich jetzt gerade alles hier in der Videobeschreibung sein und so Naja nur so damit ihr es mal wisst Ähm ab und zu poste ich hier halt mal so ein paar Sachen Äh ja wie zum Beispiel das hier Ja das war jetzt so ziemlich mein letzter Post Und ja Mich würde es freuen wenn ihr ähm Ähm auch halt vermehrt auf Facebook Ähm mit aktiv wärt bei mir Aber mei geht halt nicht immer alles Ist halt nur so ein bisschen schade weil ich hatte da jetzt bis vor kurzem auch noch eine Gruppe Und die habe ich jetzt gerade eben geschlossen Einfach weil es nicht mehr gebracht hat Außer ihr ähm sagt natürlich jetzt alle hier Ähm ja unbedingt Ich will Ähm ähm äh wir wollen diese Gruppe wieder haben Dann könnt ihr das natürlich mir hier gerne in Facebook schreiben Aber ansonsten Ne Hier Könnt ihr hier eben Ähm liken Somit bekommt ihr hier auch immer schon alles mit Das meiste poste ich sowieso auf dieser Seite Eher kaum auf dem Ähm Dingens Wie heißt's denn Auf meiner normalen Seite So Dann ähm hier nochmal so kurz was hier zu Minecraft Ja das kann ich jetzt hier am besten gleich auch noch ansprechen Denn ich habe mir Äh ich finde es auch ähm schade Dass hier kaum noch eine Sau drauf spielt Denn ich fühle mich hier in letzter Zeit ziemlich allein gelassen Hier haben zwar äh zwei Leute in ihrem Haus angefangen Ähm Ja Aber Wie man seht Nicht mehr drauf gekommen Ähm Keine Ahnung warum Da hinten ist auch ein angefangenes Haus Das ich Eventuell auch mal bald abreisen werde Ähm Weil diese Person einfach nicht drauf kommt Und Ja und wenn ihr das einfach nicht tut dann Tut's mir leid Dann muss es äh Dann ähm Ist es eventuell auch so Dass der Server hier geschlossen wird Ihr könnt mir jetzt gerne eine Nachricht schreiben Dass ihr den noch den Server haben wollt Weil der läuft jetzt äh Von dem Moment gerade wo ich äh Aufnehme Noch einen Tag Und das war's dann auch schon Und dann müssen wir erstmal schauen Ob wir den dann auch wirklich weiterlaufen lassen wollen Also ich bitte euch Falls ihr wirklich noch auf den Server Wollt Schreibt es Dann bleibt er auch noch weiterhin On Euch zuliebe Dann solltet ihr aber auch wirklich Immer Drauf Zocken Oder sonstiges Weil ihr habt ja wirklich hier Eine große Freiheit Wie ich finde Und das ist eigentlich auch der Sinn Von dem ganzen Gedöns Also danke fürs Zusehen Und Ja Ich hoffe mal es war informativ genug Ciao